Arbeitsbereich des Berichts-Viewers Die Berichtsanwendung ermöglicht es Ihnen, Berichte auf der Grundlage definierter Berichtsvorlagen zu generieren, die dann zum Zeitpunkt der Generierung mit historischen und oder Laufzeitwerten abgefüllt werden und die Daten in tabellarischer oder grafischer Ansicht anzuzeigen. Wie bei anderen FlexClient-Anwendungen wird bei der Auswahl des Punktes der Berichtsanwendung in der Anwendungsansicht die Übersichtsseite mit Kacheln angezeigt. Darüber hinaus wird in der Kachel der Berichtsname und der Unterordner erwähnt, in dem der Bericht gespeichert ist. Wenn wir einen Bericht auswählen, öffnet sich der Berichtsbetrachter und in unserem Fall wird sogar ein Bericht sichtbar. Dieser Bericht zeigt verschiedene Eigenschaften aller Räume auf der ersten Etage an. Der Arbeitsbereich ist wie folgt aufgeteilt, wir haben zwei Hauptbereiche, den History-Bereich und den Ansichtsbereich. Im History-Bereich wird oben links der Berichtsname angezeigt und darunter der Kontext, in dem der Bericht erstellt wurde. Hierbei handelt es sich um einen Standardbericht, der aus der Anwendungsansicht des Systembrowsers erstellt wird. Dieser grüne Generieren-Befehl wird verwendet, um die Berichte zu erstellen, die wir im nächsten Kapitel gemeinsam erstellen werden. Darunter haben wir einen Bereich, der mit History beschriftet ist. Dieser Bereich enthält alle Berichte, die bereits von diesem Benutzer erstellt wurden. Die Darstellung dieses Bereichs ist daher benutzerabhängig. Im Vergleich zum Berichtsknoten der zweiten Etage, wo unser Benutzer noch keine Berichte erstellt hat und der daher leer ist. Wir kehren zurück und sehen, dass bei Berichten, die bereits im History-Abschnitt erstellt wurden, standardmäßig der oberste ausgewählt ist und der Inhalt des Berichts im Ansichtsbereich in tabellarischer Form angezeigt wird. Dieser Bericht wurde im PDF-Format erstellt und kann angezeigt werden, da der Flex-Client den PDF-Viewer eingebettet hat, weshalb wir Dokumentbearbeitungswerkzeuge zur Verfügung haben. Und zwar Werkzeuge zur Seitennavigation, zum Skalieren, zum Drehen, zum Drucken, zum Herunterladen und um das Dokument anzuordnen. Darüber hinaus bietet der Flex-Client selbst eine weitere Möglichkeit, das Dokument herunterzuladen. Der Bericht selbst enthält weitere detaillierte Informationen, wie den Zweck des Berichts, die Position des genauen Pfads und in der Fußzeile, von welchem Client aus er gestartet wurde, die Anzahl der Seiten und wann und von wem der Bericht erstellt wurde. Das andere unterstützte Berichtsformat ist die Excel-Tabelle. Da diese Anwendung nicht in den Flex-Client eingebettet ist, bietet der Berichts-Viewer die Möglichkeit, die Informationen herunterzuladen. Sofern die Anwendung im Betriebssystem verfügbar ist, kann das Ergebnis auch sofort eingesehen und weiter damit gearbeitet werden. Nun haben wir alle Informationen für den nächsten Schritt, die Verwaltung der Berichte. Verwalten von Berichten Bei den Berichten haben wir mehrere Möglichkeiten, sie zu starten, entweder über die Anwendungsansicht, die logische Ansicht über die zugehörigen Elemente oder über eine Knotenauswahl im Systembrowser. Wir befinden uns nun in der Anwendungsansicht. Im Ordner Berichte sind die verschiedenen verfügbaren Berichtsvorlagen gruppiert, wie wir hier sehen, und dies kann je nach Projekt variieren. Vorerst werden wir mit den Berichten der Räume der ersten Etage fortfahren, die wir bereits kennen. Die History zeigt uns alle Berichte, die wir mit diesem Benutzer erstellt haben. Wir können die verschiedenen Berichte jederzeit auswählen und die in der Tabelle angezeigten Werte wurden genau zu dem Zeitpunkt aufgezeichnet, an dem der Bericht erstellt wurde. Alle Berichte in der History werden im Projekt gespeichert. Das Menü mit den Auslassungspunkten gibt uns die Möglichkeit, den Bericht herunterzuladen, in der Vorschau anzuzeigen oder aus dem Projekt zu löschen. Wenn Sie den Bericht herunterladen, erhalten Sie eine PDF-Datei, die für andere Zwecke verwendet werden kann. Durch die Vorschau des Berichts wird er ausgewählt und im Ansichtsbereich angezeigt. Wenn wir uns für das Löschen entscheiden, wird der Bericht aus der Projekt-History gelöscht. Die Berichtserstellung wird durch diese selbsterklärende und gut hervorgehobene Schaltfläche mit Dropdown-Menü ausgelöst. Wir können Berichte im PDF oder Excel-Format oder beides zusammen erstellen. Wir erstellen zunächst einen aktualisierten Bericht über die Zimmer auf der ersten Etage im PDF-Format. Dieser wird mit einer Generierung kurz angezeigt, bis er in einen Bericht mit Datum und Uhrzeit übergeht. Der Inhalt des PDF-Berichts wird sofort im Ansichtsbereich angezeigt. Als nächstes lösen wir einen Bericht im Excel-Format aus. Da Excel nicht in den Berichts-Viewer eingebettet ist, stellt uns das Tool einen Download zur Verfügung. Wir führen den Download aus, öffnen die Excel-Datei und erhalten einen entsprechenden Bericht. Wir verwenden die dritte Variante und erhalten ein Dropdown-Menü, das beide Berichte enthält. Berichte können auch grafische Seiten- und Trenddiagramme enthalten, wie wir hier sehen können. Die Vorlage dieses Berichts wurde entsprechend mit diesen Attributen eingefügt. Für den Workflow über die logische Ansicht nehmen wir die ausgelösten Alarme zur Hilfe. Dann wechseln wir in die Ereignisbehandlung, wählen das Ereignis der thermoelektrischen Überlast aus, navigieren über das Ereignisquellen-Symbol direkt in die Grafik und sehen im Systembrowser, dass der entsprechende Knoten ausgewählt ist. In den zugehörigen Objekten wählen wir den Bericht über aktive Ereignisse aus, woraufhin der Berichts-Viewer im sekundären Bereich geöffnet wird. Anders als zuvor wurde der Berichts-Viewer im primären Bereich geöffnet, wird im sekundären Bereich nur die History angezeigt. Auch hier wird uns der Name des Berichts angezeigt, und dieses Mal sehen wir, dass der Bericht im Kontext der thermoelektrischen Überlast ausgeführt wird. Beim Starten des PDF-Berichts sehen wir, dass der Bericht den entsprechenden Objektnamen hat. Wenn Sie den Bericht auswählen, wird der Ansichtsbereich mit dem Bericht in der sekundären Ansicht angezeigt, in dem nur der eine aktive Alarm angezeigt wird. Aufgrund des ausgewählten Knotens im Systembrowser wurde der Bericht automatisch nur nach diesem Objekt gefiltert. Mit diesem Fall kehren wir in die History zurück und wählen den Bericht erneut aus. Der Bericht wird erneut angezeigt. Oder wir ändern die Ansichtskrasse des Berichts-Viewers und erhalten beide Bereiche auf einen Blick. Um die Filterung besser zu verstehen, wählen wir den Knoten des Lüftungssystems aus. Wir sehen, dass der Wert bei Ablauf im Kontext von Unverändert bleibt. Wir aktualisieren den Filter nun, indem wir den Bericht in den zugehörigen Elementen erneut auswählen. In dem neu erstellten Bericht gibt es zwei aktive Ereignisse, beide aus dem Lüftungssystem. Wenn wir den obersten Knoten auswählen und den gleichen Workflow ausführen, erhalten wir alle aktiven Alarme im Bericht. Wir haben nun drei identische Berichte von unterschiedlichen Ausgangspunkten ausgeführt und dadurch andere Filter angewendet. Ausführlichere Informationen zu diesem Thema finden Sie in der Online-Hilfe. Sie wie gewohnt in der Schritt-für-Schritt-Anleitung oder in den Referenzen. Wir laden Sie ein, sich auch die anderen Berichte anzusehen. Wir beenden hier das siebte Kapitel und gehen als nächstes über ins achte Kapitel zum Thema Dokumentbetrachter. Und die algunas Knoten ist richtig Gotğim das mehr. Jetsch 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 Jetsch